Ja, Freunde der totalen Sonnenfinsternis, willkommen zurück bei Merachimie, hier ist Vic für euch am Mikrofon und ja, es hört sich doch relativ unglaublich an, möchte man sagen. Der Derogoi, niemand Geringeres als der Derogoi, der Sänger von Umpf, hat zu Jesus Christus gefunden. Manch einer wird sagen, welch eine Ironie, besonders wenn man auch noch die Intensität seines Glaubens mitbekommt. Ich möchte darauf nach dem Intro ein bisschen genauer eingehen. Viel Spaß! Ja, Freunde, vergesst nicht dieses Video zu liken, wenn es euch gefallen hat und ihr könnt ja im Nachhinein immer noch den Daumen runternehmen, wenn es euch nicht gefallen hat, ein Abo zu hinterlassen und irgendwas in den Kommentaren zu schreiben. Hey, so ein kleiner Kanal wie mir hilft das immer sehr und ich bin jetzt schon sehr dankbar für eure Hilfe. Ihr habt es im Intro gehört, der Derogoi hat zu Jesus Christus gefunden. Und ich habe schon Anfang des Jahres mitgekriegt, dass er bei einem Podcast mitgemacht hat bei Kevin Neumann, ein christlicher YouTuber. Und dann dachte ich zunächst, ja okay, der hat zu irgendeiner katholischen evangelischen Gemeinde Kontakt gefunden, geht da jetzt wahrscheinlich regelmäßig hin. Und ich habe mich nicht näher damit beschäftigt. Erst als vor, das ist keine zwei Wochen her, bei Chris Schuller, Schuller, auch ein christlicher YouTuber, ein weiteres Interview aufgetaucht ist und das dann von einigen christlichen Homepages zitiert wurde, dachte ich, komm, ich nehme mich mal eine Sache an und habe festgestellt, nein, der Derogoi ist jetzt nicht nur in irgendeiner Amtskirche involviert, im Gegenteil, er ist bei, es erscheint oder erscheint nicht so, es ist tatsächlich so, er ist bekennender Christ. Also zu den bekennenden Christen, die sind bibeltreu, so nennen die es gerne selbst. Ich sage dazu fundamentalistisch, wie es jetzt dazu gekommen ist und was er dazu zu sagen hat und wie ich selber zu dem Thema Religion, Glaube und Gott stehe. Denn Religion, Glaube, Gott, das ist jetzt kein objektives Thema, sondern man spricht über diese subjektiven Gefühle. Und das hatte Derogoi auch erzählt, über sein subjektives Feeling zum Glauben, sowie auch, wie er dazu gefunden hat und wie es vor allen Dingen mit Umpf weitergeht, wie es mit ihm als Sänger in Zukunft aussehen wird. Ich habe nochmal bei Kevin Neumann nachgeschaut, das war der Kanal, bei dem ich als erstes drauf gekommen bin, oh, Der Derogoi hat doch was mit Gott zu tun. Und ich habe da ein Interview gefunden, das werden wir jetzt mal so stückweise durchgehen und wie gesagt, ich gebe meine Kommentare dazu ab, was ich davon denke, was ich davon halte. Einmal vorweg, ich bin absolut areligiös. Ich bin nicht in der Lage, irgendwie religiöses Feeling zu entwickeln. Ich kann das nicht. Also es liegt mir auch fern und um ehrlich zu sein, ich möchte das gar nicht. Ich möchte gar nicht gläubig sein. Eine meiner großen Ängste ist es, dass ich irgendwann mal im Totenbett bin oder an einem abstürzenden Flugzeug und ich dann doch noch anfange, an Gott zu glauben. Meine Ex-Frau war sehr gläubig, kam aus einer evangelikalen Familie, aus einer Baptistenfamilie. Und so wurde ich auch immer wieder in verschiedenen Gemeinden eingeladen und war da selber zu Gast und habe da meine Erfahrungen gemacht. Das als erwachsener Mann. Schon als Kind. Ich selber bin ja Aussiedler. Ich komme jetzt nicht aus Russland, ich komme aus Schlesien. Ich hatte selber viele Freunde, die Aussiedler waren und ich wurde immer wieder von diesen Familien in diese Gemeinden eingeladen, habe mir das angeguckt. Meine Erfahrungen waren nicht positiv, die waren negativ. Und deswegen passt dieses Thema auch wunderbar in dieses Format. Denn hier geht es nicht nur darum, die Leute, die man feiert, wie zum Beispiel Umpf oder Deo, reflektionslos hinzunehmen und nur das zu kritisieren, was man nicht mag. Dafür gibt es andere Kanäle, ob das Parabelritter ist, Rezo oder Drachenlord. Hier geht es auch darum, die Vorbilder, die man hat, die musikalischen Vorbilder, die man hat, auch kritisch zu betragen. Das, was ihr jetzt hier seht, ist das Video, das vor knapp zwei Wochen veröffentlicht wurde und auf einigen christlichen Portalen Beachtung findet. Der YouTuber heißt Chris Schuler. Das Video Augen auf, Sänger von Umpf findet zu Jesus Christus. Was hatte Deo dazu zu sagen? Was hat ihn dazu bewegt? Was passiert mit Umpf? Und wie ist meine persönliche Meinung dazu? Ihr habt den Kommentarbereich, um euer Senf dazu abzugeben und ich freue mich auf die Diskussion, ja. Wann alleine honorieren? Die Premiere dies. Hier haben wir das Interview mit Kevin Neumann vom Dunkel ins Licht. Sänger von Umpf findet zu Jesus. Ja, dieser ganze 80er, New Wave, Gothic Bereich, der hat mich damals angesprochen, weil ich mal traditionell nicht unbedingt mit Christus verbunden wird, zu Recht, aber damals war ich ja auch noch nicht in Christus. Ich bin ein Gott, ich bin ein Jesus, das sind Wörter, die fallen oftmals von Evangelikalen. Achtet mal darauf, die haben den gleichen Sprachgebrauch, die gleichen Sätze, die zitiert werden, Bibelzitate, die zitiert werden und die gleichen Wörter, die immer wieder benutzt werden, unabhängig davon, in welcher Gemeinde man sich gerade befindet. Man findet immer wieder die gleichen Wörter in den Gesprächen, immer wieder die gleichen Sätze und immer wieder die gleiche Argumentation. Aber stets sind sie dabei zu sagen, sie haben miteinander nichts zu tun und es ist eine völlig unabhängige Gemeinde und was die dort machen, ach, da habe ich wirklich nichts mit zu tun. Aber die besitzen die gleichen Strukturen, ja, die gleichen Predigten, die gleichen Wertvorstellungen annähernd. In Details unterscheiden sie sich, in Nuancen und sie sprechen alle absolut gleich. Sagen aber, nee, miteinander haben wir nichts zu tun. Was tatsächlich falsch ist, es gibt einen Dachverband und darin sind sie alle organisiert und auch vernetzt. Die Gläubigen ganz unten wissen das tatsächlich nicht. Ich hatte mal auch welche darauf angesprochen, die haben mir direkt gesagt, das darf man nicht hinterfragen, wie die Gemeinden miteinander vernetzt sind, weil diese Ambitionen heraus, das zu hinterfragen, wie diese freikirchlichen Gemeinden miteinander zu tun haben oder worin sie verstrickt sind, sind Ambitionen, die vom Teufel kommen. Dann aber durch die Entwicklung im Elternhaus mit viel auch Gewalt und Alkohol und Missbrauch auf diversen Ebenen, bin ich weggekommen vom Glauben, muss ich auch sagen, und habe dann irgendwann auch diese ganze Misere, die da passiert ist, auf Gott projiziert. Die Eltern haben sich dann auch scheinen lassen und diese gesamten negative Gefühle, die er hatte, hat er auf Gott projiziert. Wenn man als Teenager schon anfängt, diese Problematiken auf Gott zu projizieren, ob das nun fair oder unfair ist, sei mal dahingestellt, dann könnt ihr euch vorstellen, dass man halt viele Sachen, negative Sachen, auf Gott projiziert und dementsprechend dann auch solche Texte zustande gekommen sind. Obwohl man sagen muss, unbedingt antireligiös, nein. Antigott war umf nicht. Antireligiös vielleicht ja. Und Deo hat auch gesagt, dass er weiterhin der Religion etwas kritisch gegenübersteht, denn Religion ist ja an sich im Grunde genommen menschengemacht. Und der Katholizismus ist eine Religion, ja, der evangelische Landeskirche ist eine Religion, aber das Wort und Jesus sind keine Religionen, das ist für mich die Wahrheit. Aber damals habe ich projiziert. Ich weiß auch diese Aussage immer, ich bin nicht religiös in meinen Augen, auch wenn Außenstehenden das so sehen. Natürlich, warum? Weil ich von Gott erzähle und ein Leben mit Gott lebe. Natürlich, dass das in den Köpfen religiös ist. Aber für mich ist es in allererster Linie eine... Das wird sehr, sehr gerne betont. Es ist ein persönlicher Glaube. Es ist keine Organisation, keine Religion. Nein, es ist ein individueller, persönlicher Glaube, was gar nicht stimmt. Überhaupt nicht. Diese Gemeinden sind viel enger strukturiert, als man es bei Gemeinden von Amtskirchen kennt. Nicht nur Gemeinden sind strukturiert, sie takten sogar den Tag, ja, den Alltag der Gläubigen durch. Ich habe Leute kennengelernt, die waren 15 bis 25 Stunden in ihren Gemeinden aktiv, durch irgendwelche Aktionen, Freizeiten, was hatten sie nicht alles gehabt, Jungschar und Evangelisation, Gottesdienste. Die waren komplett durchgeplant. Nicht nur der Alltag, auch das Leben. Dem Moment, wo die sich getauft haben. Die bekehren sich erstmal, lassen sich dann taufen. Die haben eine Bekenntnistaufe, eine Erwachsenentaufe. Spätestens da ist auch das gesamte soziale Umfeld nur noch von der Gemeinde bestimmt. Die haben den Kontakt abgebrochen, weil die mit einem Sünder nichts zu tun haben wollten. Hin und wieder haben die sich mal gemeldet, nur um zu sagen, dass man in die Hölle kommt. Aber das war dann auch schon alles. Das heißt, Alltag und Leben war extrem von der Gemeinde strukturiert. Und dennoch sind sie alle der festen Überzeugung und stellen es auch sehr glaubhaft dar, dass es nichts mit Religion zu tun hat, sondern ein individueller, persönlicher Glaube wäre. Ich habe natürlich über die Jahrzehnte nicht gemerkt, dass ich Handpuppe von Satan sein könnte oder dass ich überhaupt in einer satanischen Matrix, was man jetzt so die Welt nennt, das Weltliche, die Gesellschaft, leben könnte. Das habe ich gar nicht gedacht. Ich habe nur gefühlt, wie so eine Art Urschreitherapie. Wenn du deine Aggression in der Musik rauslässt, gibt dir das erstmal kurzfristig was. Das ist wie so eine Katharsis und das fühlt sich erstmal grundsätzlich kurzfristig richtig an. Okay, ja, es ist tatsächlich so. Wenn man Musik macht und solche Texte oder so eine Musik macht, möchte man auch was aus sich rauslassen. Selbstverständlich. Irgendwie hat man da irgendetwas und das muss jetzt einfach mal raus. Ja, Satan. Satan und das Weltliche. Es gibt uns, wir sind die super Ausgewählten und dann gibt es das Weltliche. Genau. Und das ist keine übertriebene Parole, sondern das nüchterne Ergebnis von tausenden wissenschaftlichen Untersuchungen, sondern es gibt nur eine legitime Einstellung. Gerade die Evangelikalen, ähm, die, die sind nicht nur Teil der Welt, die haben sogar ihre eigene Lobby im Bundestag, Freunde der totalen Sonnenfinsternis. Oder in den USA, wie mächtig sind die denn dort? Die bestimmen das gesamte Weltgeschehen mit. Ja, und das nicht schlecht. Und gut, wenn der das als Satanismus bezeichnet, dann wissen wir, auf welcher Seite die spielen. Ihr müsst euch mal vorstellen, in den USA wird ganz oft schon, ähm, unterrichtet über Intelligent Design zur Alternative von Evolutionsbiologie. Natürlich ist die Wissenschaft kein Allheilmittel für alles, ne, und sollte nicht alleine als die Antwort dastehen, denn was heute noch wissenschaftliche Erkenntnis ist, ist morgen oftmals Bullshit. Das heißt, der Glaube, Religion, wird als offizieller Biologieunterricht durchgeführt. Und das ist ganz schön krass. Und da muss man ganz viel Macht haben, ganz viel Manpower haben und ganz viel zu bestimmen haben in dieser Welt. Und ich glaube, das wissen die gar nicht. Das erahnen die gar nicht. Und, ja, wenn irgendwas schiefläuft, dann war es halt die satanische Welt. Ich habe als Kind und als Teenager und bis vor drei, vier Jahren nicht an den Teufel geglaubt. Und, ne, das war für mich Kasperle-Theater. Wir steigen jetzt gleich mitten rein, auch so, sag ich mal, in so Deep Talk über Gott und Böse und Gut, Teufel und Jesus Christus und so, ne, weil... Ja, Mann, das wird hier voll deep, Alter. Ich spüre die Atmo und, ne, das splasht voll. Und das ist voll krass, wie deep und intelligent wir sind. Sorry. Aber ich habe immer auch gedacht, ich möchte die Menschen auch zum Nachdenken anregen. Ich war kein gläubiger Christa. Also, Dero erzählt über seine Texte, dass er halt nie vorhatte, irgendwelche satanischen Texte oder Ähnliches zu schreiben, sondern er damit provozieren wollte und die Leute zum Nachdenken bringen wollte. Damals, ich war kein Satanist, ich war kein Atheist, ich war Agnostiker, würde ich sagen. Also, das heißt, für mich war das Fragezeichen damals das Wichtigste. Ich wollte mich keinen Antworten hingeben. Das war für mich Verrat am Wissen. Ja, aber ich glaube, das ist das, was den Menschen ausmacht, dass wir es einfach nicht wissen können. Also, wenn uns die Geschichte irgendwas gelehrt hat, dann ist es, dass wir Angst haben sollten vor Menschen, die meinen, es zu wissen. Ja, also man kann nicht gerade so etwas wie Schöpfung, Gott, von wo kommen wir? Da habe ich ganz, ganz große Probleme, wenn irgendeiner kommt und meint, es zu wissen. Ich meine, woher? Das kann ja nur Gott oder der Teufel wissen. Gott bist du nicht, oder? Nein, okay, dann, naja, ist die Option auch nicht mehr groß. Nee, grundsätzlich, ich habe immer Kopfschmerzen. Nein, ich habe immer Bedenken von Menschen, die meinen, die Wahrheit zu kennen und die Wahrheit verbreiten zu müssen. Das waren die Menschen, die uns relativ viel Unglück in der Geschichte der Menschheit gebracht haben. Was ich besorgniserregender finde, ist, wenn man, ja, solchen Menschen folgt. Deswegen, also ich möchte euch immer sagen, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht, was sowas betrifft, wer Antworten sucht, ist bei mir leider falsch. Was soll ich jetzt sagen? Also ich wüsste mehr, wenn ich es wüsste. Mehr nicht. Es macht was mit dir auf jeden Fall, aber es bringt dich weg von Gott, so wie ich ihn heute sehe. Also die Frage war, wie war das für dich, als es mit dem Erfolg anfing? Die haben tausende Menschen zugejubelt und du warst in den Medien und so weiter und so fort. Weil für mich ist aus heutiger Sicht Gott nur zu begegnen, wenn man sich selbst erniedrigen kann. Das hört sich schlimm an für Menschen, die in dieser narzisstischen Welt ganz selbstverständlich sagen, wieso ich nur selbstbewusst bin. Nein, ich meine damit demütig zu sein, der Schöpfung gegenüber, seinem Schöpfer gegenüber. Ja, damit hätte ich ein Problem, auf die Knie zu gehen, aber er hat sich da nochmal korrigiert. Aber genau das ist das, was Religion oftmals tut. Er zwingt den Menschen auf die Knie, denn ein Menschen, der seinen eigenen Willen hat, wird er denn wirklich genau so leben, wie es in einem tausend Jahre alten Buch steht? Ganz ehrlich, nein, wird er nicht. Wird er nicht. Ja, man sieht es an vielen, 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 vielen Christen. Damit meine ich jetzt evangelische, katholische, orthodoxe. Da kann man sagen, okay, das sind ganz viele, die haben einfach ihren eigenen Kopf. Und da wird jeder Pfarrer sagen, oh Gott, das ist jetzt aber nicht Gottes Wille, aber gut, das ist dein Leben. Ja, und gerade in diesen sehr strukturierten Religionen, so möchte ich das mal nennen, wird das eigentlich verlangt, dass man den Kopf, die Razzio ausschaltet und das funktioniert. Ja, sie nennen es Demut. Allerdings ist natürlich die Frage, wie demütig ist ein Mensch, wenn er meint, ähm, okay, du weißt jetzt, wie diese Maschine funktioniert, soll ich dir was sagen? Ich weiß, woher das gesamte Universum kommt und wer diese Welt erschaffen hat und wie er diese Welt erschaffen hat. Und ich weiß, was nach dem Tod passiert. Wer weiß schon, was nach dem Tod passiert? Wie demütig kann so ein Mensch sein, um ehrlich zu sein? Ja? Zufluchtshort auch ist jede Szene, glaube ich. Ich glaube, es ist die Metal-Szene, es ist die Hip-Hop-Szene. Selbst Hooligans, Skinheads, Antifa, wie auch immer. Diese Sammelbecken für Subkulturen, das ist eine Art Familien- oder ein Familienersatz. Letztlich auch ein Zusammengehörigkeitsgefühl, das man da künstlich erzeugen will, das vielleicht auch eine gewisse Berechtigung hat und auch da ist. Aber letztlich versucht man, was zu kompensieren, was dahinter steckt, was keine dieser Subkulturen erfüllen kann, kein Partner der Welt erfüllen kann, kein Kick dieser Welt, egal ob Sex, Drogen, Alkohol oder auch auf einer Bühne vor 100.000 Leuten zu stehen, füllen kann. Und das habe ich auch gespürt, das Lochblei. Ich habe Psychologie studiert eine Zeit lang. Ich habe drei Psychotherapien selber, Langzeittherapien gehabt, Gesprächs- und Verwaltestherapien und so weiter und so fort. Ich habe Medikamente ausprobiert. Letztlich blieb dieses Lochland, Schuld, Scham, Wut, Angst, Trauer, diese ganzen negativen Gefühle. Ich führe das heute zurück auf die Traumatisierung meiner Eltern. Meine Eltern sind beides flügt. Das finde ich auch immer problematisch an Religionen, nämlich solche normalen Gefühle, Schuld, Scham, Ängste. Das ist etwas Naturgegebnis. Wir sind mit diesen Emotionen geboren und wir müssen mit diesen Emotionen klarkommen. Für mich ist das etwas Selbstverständliches und ich glaube, wenn ein Mensch erzählen kann, ich habe keine Schuld, ich habe keine Scham, ich habe keine Angst, dann glaube ich, dass da irgendwas nicht stimmt. Ich denke, das ist eine normale Emotion und selbstverständlich glaube ich, dass Religion bei der Verarbeitung solcher Emotionen hilfreicher ist als jede Therapie, als jede Droge. Das glaube ich tatsächlich, ja. Der Dero erzählt auch weiter von seiner Familiengeschichte. Sehr interessant und sehr packend, wie ich finde. Schaut euch das Video an. Ich sage es nochmal, schaut es euch an. Ähm, ich will hier nicht allzu viel Content spoilern, ja. Ist aber sehr gut erzählt und, ja, ich erzähle hier mal so negativ, ne. Aber es ist einfach, weil ich halt der Religion negativ eher gegenüberstehe. Aber nichtsdestotrotz sind das interessante Erfahrungen, die ihr hier von sich gibt. Und das Video lohnt sich, das Interview lohnt sich. Und wer Dero mag, wer Umpf mag, der wird sich auch für dieses Interview interessieren. Unten verlinkt in den Kommentaren natürlich. Dann gibt es halt die eine einzig wahre Quelle Jesus Christus, die er dann auch unter Beweis gestellt hat, dass er sich für unsere Schuld hingegeben hat. Einen größeren Liebesbeweis gibt es nicht. Obwohl er uns den freien Willen geschenkt hat. Ja, das ist auch so eine Sache, die ich persönlich immer anders empfunden habe. Aber wenn mich jemand fragt, ob ich Christ bin oder sonst was, sage ich ihm, dass ich auch katholisch bin. Also für mich ist der Katholizismus oder das Thema Religion auch eine soziokulturelle Geschichte. Das heißt, ich wurde mit diesem soziokulturellen Hintergrund geboren. In einer katholischen Familie. Ich habe diese Werte übernommen. Ich habe diese Traditionen übernommen. Und gebe die dann auch irgendwann mal hoffentlich an meine Kinder weiter. Aber ich wurde als Kind schon so groß erzogen. Ja gut, was in der Bibel steht, das ist jetzt nicht unbedingt die Wahrheit. Aber es ist unsere Tradition. Es ist unsere Religion. Und so habe ich das dann auch wahrgenommen. Ich glaube persönlich nicht an ein Leben nach dem Tod. Ich glaube auch nicht, dass es irgendwie wahr ist, dass die Welt in sechs Tagen erschaffen wurde. Das ist Erdbeerkäse. Dass Gott irgendwie da seine Finger im Spiel hatte oder irgendwas gelenkt hat. Ich habe da, ja, und auch diese Geschichte mit der Kreuzigung, ja, das wird ja auch immer wieder erwähnt, dass es ein Liebesbeweis ist von Gott oder von Jesus, dass er sich für uns geopfert hat. Erstmal frage ich mich, was ist das für ein Liebesbeweis, seinen eigenen Sohn zu opfern aus der Sicht Gottes. Und allein diese Vorstellung, ja, da musste der fleischgewordene Gott erst mal zur Welt kommen. Warum musste er zur Welt kommen? Damit er stirbt. Ja, ganz, ganz einfach. Er musste geboren werden, um zu sterben. Und warum musste er sterben? Damit er wieder lebendig wird. Das ist auch völlig logisch. Und warum musste er nochmal lebendig werden? Damit er in den Himmel auffährt, also zurück in das Reich der Toten geht. Ja. Und da merkt man, dass diese Geschichte doch sehr konstruiert ist, finde ich. Homosexualität ist nicht biblisch nicht richtig. Warum das so ist? Naja, weil es in der Bibel steht. Ich hatte einen innerlichen Hunger. Einen innerlichen Hunger nach Jesus. Ich spreche vor allem von, ich sag mal, den Landeskirchen, der evangelischen, katholischen Kirche. Ich rede jetzt weniger von Freikirchen, sondern Denn wir sind die Guten und nicht die Bösen. Ich hatte einen innerlichen Hunger, Heißhunger nach dem Wort Gottes. Und es tut mir wirklich teilweise weh, zu sehen, was da abgeht. Warum Maria in der katholischen Kirche verehrt wird, sie hat Ja zum Wirken Gottes gesagt. Dann dürft ihr mich in Zukunft auch anbeten. Weil ich sage auch Ja zum Wirken Gottes. Durch mich, durch das, was ich dir, das, was ich euch da draußen sage, dass du am Endeffekt nur ihn siehst, dass du auf Jesus schaust. Und wenn das Wort Gottes sagt, Homosexualität ist schlecht, und lieber bin ich der Gute, der ist der Böse, dann steht das nun mal da drinnen. Weiter geht es jetzt bei uns, liebe Zuschauer, mit schwulen Tieren und mit lesbischen Tieren. Aber ich möchte dir sagen, dass ich euch liebe als Brüder und Schwestern. Und vor allem, dass er euch liebt. Na bitte, schönen Dank für die doch durchaus schönen Aussichten. Religion ist ein subjektives Erleben. Und so empfinde ich das. Ich gehe am Heiligabend manchmal zur Kirche, wenn es sich nicht vermeiden lässt, und höre mir das an und feiere dann Weihnachten. Aber dass ich wirklich ernsthaft daran geglaubt habe, dass es auch wirklich so sein kann, das war bei mir nie. Doch, eine Zeit lang, als ich religiös war, aber das hielt dann auch nur ein, zwei Jahre an. Der Krieg ist ein gutes Mittel, glaube ich, schon immer für Satan gewesen, um Trauma auszulösen. Vielleicht ein Trauma, was bedeutet das? Deine Seele tritt ein Stück weit aus dir raus und öffnet dich für dunkle Energie. Das ist ein super Schachzug von Satan, das ist schon immer gewesen. Hinzu kommen noch auf anderen Betätigungsverhindern, ja, hört sich erst mal ganz logisch an. Aber hier haben wir auch wieder diesen Widerspruch, denn viele Anhänger christlicher Gemeinden machen ja auch nichts anderes. Leute, die Schicksalsschläge erlebt haben, die dann plötzlich diese Leere in sich fühlen, nennen wir es mal Trauma, und das Wesen entfernt sich aus dem Körper und erschafft etwas, was man reinfüllen kann, dann sind es ja oftmals Anhänger christlicher Gemeinden, die dann versuchen, ihre Wertvorstellung oder ihren Glauben in diesen Menschen zu implizieren. Also es funktioniert auch andersherum. Man könnte auch sagen, vielleicht ist ja Krieg ein Mittel von Gott, damit die Leute Angst bekommen, ja, und Trauma erleben und dann plötzlich empfänglich werden für den christlichen Glauben. Mutter Teresa, wie ich sie gerne auch nenne, die Schreckschraube Gottes, Mutter Teresa hat damals versucht zu verhindern, dass Leute, die kurz vorm Tod sind, Schmerzmittel bekommen, weil sie gesagt hat, in dem Moment, je mehr Schmerzen sie sich empfinden, umso empfänglicher werden sie, sich Gott hinzugeben. Ja man, kein Witz, kein Witz, richtig übel, oder? Also Dero erzählt noch weiter, inwieweit, ich möchte jetzt mal diesen Sprachcode übernehmen, Satan, durch Traumatast wirkt, erwähnt, Vergewaltigung, Missbrauch, Pornos, ich wüsste nicht, was ich ohne Pornos machen sollte, um ehrlich zu sein. Ich glaube, ohne Pornos würde ich einfach anfangen, selber Pornos zu drehen. Ja man, schaut euch das Video an, wie gesagt, es geht hier nicht darum, zu spoilern, und dem guten Mann, die Klicks wegzunehmen. Ja, wo nicht fallen, die Satan ausgelegt hat, diese fleischfressenden Pflanzen, die stehen überall an, das erkennt man aber erst, wenn man den Heiligen Geist hat und zurückblüht, finde ich, also früher habe ich das auch nicht gehört. deswegen, ja das sagt sich dann immer so leicht, man hat Sachen gemacht, und jetzt sagt die Gemeinde, du, das ist scheiße, das darfst du in Zukunft nicht mehr machen, und man rationalisiert sich, das dann selber, indem man sagt, ja gut, ich habe jetzt den Heiligen Geist in mir, und jetzt erkenne ich auch, dass es falsch ist. Das ist oftmals einfach eine Rationalisierungsmethode, um sich selber gut zu reden, was die Gemeinde von einem verlangt, was man alles abschwören muss. hat mich Christus gefunden, oder habe ich ihn gefunden? Ich habe ihn gefunden, weil Christus braucht mich nicht zu finden, er wollte mich von Anfang an, sonst wäre ich nicht geboren worden, er war immer da, mit geöffneten Armen sogar, aber hat mir immer die Freiheit gegeben, ihn zu erkennen oder nicht, das ist auch das größte Geschenk, dass überhaupt ein liebender Gott eine Erschöpfung geben kann, den freien Willen, und jetzt kann man sagen, und damit beginnt auch schon die Misstraße. Also man merkt wirklich, wie viel Liebe er dabei empfindet, also das zieht sich das gesamte Interview, also für mich ist es schwer, für mich ist es schwer, da wirklich zu sagen, man kann wirklich Liebe zu einem Gott, oder zu irgendetwas empfinden, was gar nicht da ist, also ich sehe ja weder an Jesus, noch einen Gott, noch irgendwie irgendwas anderes, und für mich ist es einfach schwer, sowas nachzuvollziehen. Mit einer Katze rede ich über Sex, aber er erzählt immer wieder von dieser Liebe, und ich sehe jetzt nicht unbedingt in seinem Gesicht, dass er lügt, im Gegenteil. Also ich erkenne es anders, ich erkenne es schon so, er meint es auch so, ja, ja. Es gibt natürlich genug, die ihre Kinder auch an dieser Krankheit verloren haben, von daher bin ich da wirklich einfach dankbar, dass ich da auch Bewahrung erfahren habe, und auch meinen Sohn, und unsere ganze Familie. Ich habe damals gebetet, natürlich. Ich habe gebetet, und mir war auch zu keiner Sekunde... Also diese Geschichte werde ich selber nicht wiedergeben. Dero erzählt von einer, ja, sehr intimen Leidensgeschichte seiner Familie, und das muss von seinen Lippen kommen, das kann ich euch so nicht wiedergeben. Also ganz schön krass. Und... Naja, er erzählt, wie er damals gebetet hat. Also er beschreibt auch den Prozess zu Gott als einen Prozess, der ungefähr eine Dekade gedauert hat. Da habe ich gezweifelt, dass ich zu Jesus beten muss, sondern... Es war für mich klar. Ich muss jetzt zu Jesus beten. Ich will jetzt zu Jesus beten. Ich darf jetzt zu Jesus beten. Und das habe ich gemacht, und ich habe Rückmeldungen bekommen, auf energetischer Ebene. Ich habe mich ruhig geworden. Er hat zu Jesus gebetet, und hat es als richtig empfunden, und hat dabei auch was gespürt, wie eine Antwort. Ja? Absolut. Ich glaube, dass er diese transzendente Erfahrung wahrgenommen hat, und ich glaube auch, dass viele Menschen diese transzendente Erfahrung gehabt haben. Aber das geht quer durch die gesamte Welt, egal in welcher Religion, in welcher Konfession, und deswegen fällt es mir schwer, so etwas dann auch als Beweis zu nehmen. Gut, er erwähnt es hier auch gar nicht als Beweis. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Ich meine es nur, dass mir viele damit gekommen sind, dass das ein Beweis ist. Ich habe auch schon von vielen gehört, die gesagt haben, ich traue mich nicht, mich Jesus anzunehren, weil der wird mir meine Schuld nicht vergeben. Und ich habe schon so viele schlimme Sachen gemacht. Das wird er mir nicht vergeben. Doch, das wird er. Wenn man von ganzem Herzen bereut, wird er das vergeben. Was mich fasziniert. Ja, das ist leider das, was sie glauben. Und so einfach funktioniert es. Ich bereue es, und ja, dann wird mir vergeben. Ich meine, wie oft hat man schon Scheiße in seinem Leben gemacht und das noch im selben, gleichen Moment bereut? Oft, oft, dauernd, ziemlich oft, ne? Und ja, nur weil man dann sofort diese Reue empfunden hat, ja, pf, die Sachen vom Tisch, kein Ding, Mann, ja? Komm, vielleicht beim nächsten Mal so, ne? Und dann macht man es immer wieder und man bereut es immer wieder und dann aber, hey, man bereut es ja, damit ist die Sache vom Tisch. Ich erzähle euch mal eine Geschichte aus einer unserer Gemeinden, ja? Also, es ging um einen Vater, das stand dann auch in verschiedenen Zeitungen, der hatte zwölf Kinder gehabt mit seiner Frau. Der hat sechs oder sieben davon sexuell missbraucht. Eine Familie, die ich auch kenne, war das. Ich weiß noch damals, dass es am Ende irgendwie richtig Ärger gab mit ein, zwei Töchtern, mit der Gemeinde, denn der Vater hat die sexuell missbraucht, ja, okay, aber er hat es ja bereut, so, er hat es ja bereut und klar, der ist ein Mensch und wird dann halt schwach und missbraucht die dann nochmal, aber er bereut es, ja, und Gott hat ihm vergeben. Gott hat ihm vergeben, ja, aber die Töchter nicht, ja? Die Töchter waren die Sünderin unabhängig davon, dass sie vorehelichen Sex hatten. Da gab es eine andere Gemeinde, da wurde auch eine Tochter missbraucht, die ist aus der Gemeinde geflogen wegen vorehelichen Sex. Kein Witz, Mann. Richtig krank, richtig krank. Dem Vater betraf keine Schuld, weil ihm war vergeben, er hat es bereut und da war die Problematik, dass einige Töchter, die konnten ihrem Vater das nicht vergeben und da hat die Gemeinde Druck gemacht. Gott hat ihm vergeben. Warum könnt ihr das nicht, ja? Ihr seid diejenigen, die nicht nach Gottes Willen leben, weil ihr ihm nicht vergibt, ja? Gott vergibt ihn und ihr macht das nicht, ey. Ihr seid ihm was schuldig. Er hat euch missbraucht, ja, okay, aber dann seid ihm was schuldig, in dem Moment, nämlich eine Vergebung. Das hat auch ein Prediger zu mir gesagt, der hat das auch bestätigt. Da ist die Tochter dem Vater eine Vergebung schuldig, ja? Kranke Scheiße, Mann, kranke Scheiße. Und deswegen finde ich diese Art Glaube und Theologie so gefährlich, wenn man sagt, Gott kann dir alles vergeben, ja, auf der Stelle, sofort und so weiter. Vielleicht ist es tatsächlich so. Vielleicht ist es tatsächlich so und Gott vergibt alles. Dann muss ich sagen, ist Religion, Glaube und Christentum oder zumindest diese Art von Christentum, sogar wenn es die Wahrheit ist, dann ist es nichts für mich. Das ist ja ekelhaft. Die Nachfolge Jesu oder überhaupt den Kontakt zu Jesu oder dass man an Jesus glaubt, mit der Kirche und Religion verwechseln, das hat nichts miteinander zu tun. Grundsätzlich erstmal. Ja, absolut richtig. Denke ich auch so. Denke ich auch. Aber aus einer Idee wird eine Ideologie, aus einer Ideologie wird eine Organisation, aus einer Organisation, den Rest könnt ihr euch denken. Nicht in jedem Fall, aber grundsätzlich erstmal nicht. Jesus möchte, dass wir eine persönliche Beziehung zu ihm aufbauen. Und das geht ja nur, wenn ich mit ihm kommuniziere. Ja, wie betet man denn, sagen dann viele. Das ist auch etwas, was bei mir nie Anklang gefunden hat. Wie ist das denn bei euch? Könnt ihr denn irgendwie eine persönliche Beziehung zu jemandem aufbauen, der nicht bei euch ist, der nicht da ist? Ich meine nicht übers Telefon oder über Telegram oder WhatsApp. Ja, ich meine tatsächlich zu einem Wesen. Ja, ob das jetzt nun Gott ist, Einhorn oder keine Ahnung was. Also, ich kann das nicht. Da ist irgendwas in mir, das sagt, ey, Junge, reiß dich zusammen. Echt? Also, ich könnte das nicht. Da muss ich sagen, ich habe da absolut areligiöse Gefühle. Wenn dem so ist, ja, wie die es sagen, vielleicht stimmt ja mit mir etwas nicht. Ich kann Gott 100% sündenlos sein, wenn so viel Übel in der Welt passiert, sagen dann viele. Ich habe diese Gespräche jetzt auch schon geführt. Das Übel hat nicht Gott in die Welt gebracht. Gott hat den freien Willen in die Welt gebracht. Ohne den freien Willen wäre Gott ein zynischer Diktator. Ja, absolut richtig. Ich kann diese Frage auch nicht verstehen. Wie kann Gott Hunger zulassen? Wie kann Gott Kriege zulassen? Das machen wir Menschen. Ja, diese Frage, das ist für mich ein Symptom, dass der Mensch immer versucht hat, die Verantwortung von sich abzugeben. Ja, wie kann Gott so etwas zulassen, dass Menschen verhungern und Hasse nicht gesehen, dass Menschen vergewaltigt, ermordet werden? Wenn dies auch irgendwie Sinn ergibt, dass Mütter Angst haben, dass ihr Kind entführt oder gefressen wird, warum haben dann manche Mütter Angst, dass Krabben kommen und Kinder fressen? Ich weiß natürlich nicht, was genau in Haiti passiert, aber es klingt auf jeden Fall seltsam. Wie kann er es nicht zulassen? Das ist es ja eben. Ich glaube nicht an diese Vorstellung eines persönlichen Gottes, der auf uns aufpasst, als wären wir kleine Kinder. Ja, ähm, der lässt uns machen. Das ist es ja. Das ist ja der freie Wille. Er lässt uns machen. Aber das setzt eines voraus, dass es keinen persönlichen Gott geben kann. Das ist bei mir so der Gedanke. Viele andere sehen darin, eben die Logik, ähm, das hängt mit dem freien Willen zusammen und deswegen gibt es den persönlichen Gott, weil er uns machen lässt, was wir wollen und er wirkt hier eh nicht. Aber dann ist es doch eben kein persönlicher Gott. Das meine ich ja. Ähm, wenn es Gott tatsächlich gibt, dann wird sein Heilsversprechen sich nur auf eine Sache beruhen, nämlich das, was nach dem Tod passiert und nicht das, was vor dem Tod passiert. Wenn er sich dort einmischt, was vor dem Tod passiert, dann wozu der freie Wille? Das ist ja auch so ein großes Missverständnis. Religion versus Glaube oder versus Bibel auch. Viele Menschen sagen, ey, ich bin doch als Baby gar nicht getauft. Komme ich jetzt in die Hölle? Ja. Die Kinds- oder Babytaufe, Säuglingstaufe ist unbiblisch. Es gibt keinen Verweis in der Bibel, die nahe liegt, dass wir unsere Babys, neugeborenen Säuglinge, sonst was, Kinder taufen sollen. Sondern man muss überzeugt sein, sagte Jesus. Man muss wiedergeboren sein im Geist und in der Wahrheit. Das ist das, was einen wiedergeborenen Christen ausmacht. Das kann ja kein Säugling leisten. Wie solltet der das wissen? Es gibt doch schon Teenager, die sich haben taufen lassen, bekennende Christen, wiedergeborene Christen. Möchte ich nicht ausschließen. Ich wäre niemals so weit gewesen als Teenager. Und deswegen war es für mich wichtig, dass ich auch eine biblische Bekenntnistaufe vornehme. Das bedeutet, ich werde mit Jesus gekreuzigt und sterbe mit Jesus. Das symbolisiert das Wasser. Und wenn ich auftauche, stehe ich mit Christus, genau wie er den Tod überwunden hat, wieder auf. Hier hat meistens die Nächstenliebe auch schon aufgehört. Mit der Bekehrung, mit der Taufe. Ich habe mit einigen Leuten gesprochen, die aus solchen Gemeinden rausgekommen sind oder sich solche Gemeinden näher angeguckt haben. Ihnen hat man immer gesagt, es gibt tatsächlich auch eine Bibelstelle, die sagt, komm zu Gott, wie du bist oder komm zu Jesus, wie du bist. Nein, du musst dich nicht ändern. Du musst dich nicht ändern. Du glaubst daran, bekehr dich. Komm zu Jesus. Komm zu Jesus, so wie du bist. Er akzeptiert dich, so wie du bist. Und dann denken die Leute, ja, ich glaube daran und ich hatte immer Angst, mein Leben so umzuschmeißen, aber nein, die bestätigen es mir. Ich rauche, ich sehe anders aus als die Leute in der Gemeinde. Ich habe ein anderes Leben als die Leute in der Gemeinde. Aber die sagen, nein, alles gut, komm zu Jesus, wie du bist. Komm, komm, mach es, mach es. Und dann haben die es getan. Die haben sich bekehrt und dann sagen sie, ja, Halleluja, herzlichen Glückwunsch und plötzlich haben sie ein Gefühl gehabt, ich bin Teil dieser Gemeinde. Ich bin Teil etwas Großen. Ich bin Teil Gottes. Ja, man ist nicht nur Teil etwas Großen, man ist Teil Gottes. Ja, wie er gesagt hat, man wird mit Jesus neu geboren, man stirbt mit Jesus. Und man, was für ein Feeling. Ja, ich meine, ich rede nicht davon, dass man jetzt irgendwie das nächste Level bei Super Mario geschafft hat. Man ist Teil Gottes. Ja, es gibt nichts Größeres mehr. Du kannst 100 Mal auf Platz 1 kommen als Sänger, aber jetzt hast du dich nochmal selber getoppt. Deswegen glaube ich, ist Religion auch immer ein probates Mittel für Menschen, die immer höher hinaus möchten und schon sehr viel erreicht haben. Oh, Entschuldigung, das Standbild sieht ein bisschen doof aus. Ja, und jetzt können die plötzlich sich selber überholen, sich selber ausknipsen, sich selber schlagen und nochmal etwas Größeres werden, nämlich Teil von Gottes großer Gemeinde. Kommen wir nochmal zurück zu den Normalsterblichen wie du und ich, die sich mit solchen Gemeinden auseinandergesetzt haben, um sich im Nahhinein dann doch von denen zu entfernen. Man hatte die damit gelockt, komm zu Gott, wie du bist. Und dann waren sie da und die haben sich bekehrt und ja, dann war man halt zu deren Gottesdiensten oder anderen Veranstaltungen. die hatten da so eine ganz bestimmte Namensgebung, Evangelisation, glaube ich, hieß das, eingeladen und im Nahhinein wurden dann immer Gespräche geführt, die haben am Bibelkreis teilgenommen und dann hat man denen gesagt, ja, ja, wir haben zu dir gesagt, komm zu Gott, wie du bist, bekehr dich, wie du bist, aber jede Entscheidung hat was mit einer Scheidung zu tun. Ja, da steckt ja das Wort drin, entscheide dich für Jesus, das heißt, du musst etwas entscheiden, ja, scheide etwas von dir ab. Das bleibt alles so, wie es hier ist und es wird hier nichts dran halten. Ich kannte auch ein Beispiel, da wurde empfohlen, dass sich eine Frau dann auch von ihrem Mann scheiden lässt, im wahrsten Sinne des Wortes, weil der Mann nicht zu dieser Gemeinde gehen wollte und das hat sie auch durchgezogen. Ja, so viel dazu, wie diese Gemeinden, das Heilige, wie diese Gemeinde mit dem heiligen Sakrament der Ehe umgehen, als wäre das ein Stück Scheiße und dann hat man wirklich die wahre Fratze gezeigt, nämlich, davon musst du dich trennen, davon musst du dich trennen und von deinen Freunden und davon von deinen Zigaretten, dass du raus und von diesen und von jenem Sachen und das hört sich immer so toll an, ja, aber im Nachhinein mussten sie sich dann doch ihr gesamtes Leben abschütteln, womit viele nicht einverstanden waren und dann doch nochmal zurückgerodert sind. Das ist alles von der Schnauze zu oberster Artikel und es wird dir ja nichts ändern. Das Kinderzimmer bleibt außer wie es ist. Ja, und damit endete dann oftmals Freundschaften und andere Geschichten. Aber vorweg wurde immer gepredigt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Jawohl. Vorher hätte ich auch gedacht, oh, was redet der da? Merkwürdig, will der mich jetzt bekehrend überzeugen? Nein, möchte ich gar nicht, weil ich weiß aus eigener Erfahrung, man kann sich nur selbst von innen unter der Gnade Gottes bekehren. Also am Ende wird es auch nochmal sehr intim, die Protagonisten irgendwie beten zusammen und ja, wie gesagt, schaut euch das an. Ich finde, das ist sowieso ein sehr emotionales Thema und ich, wie ihr merkt, habe auch ein Problem mit freikirchlichen Gemeinden und Glaubensvorstellungen, weil ich bislang noch nicht gesehen habe, dass sie wirklich viel Gutes bringen. Persönliche Aspekte spielen hierbei eine Rolle, glaube ich, sich in solchen Gemeinschaften wohlzufühlen. Man hat ein System, das funktioniert und sagt, wie man es zu funktionieren hat. Das ist schwarz, das ist weiß und für all diese Fragen, die in einen brennen, gibt es plötzlich eine Antwort. Das beruhigt. Man fühlt sich sicher, man fühlt sich geborgen. Ja, selbstverständlich. Und für die Probleme, die man hat, hat man plötzlich Ansprechpartner, die man ansprechen kann. Ob das nun psychologische, mentale Geschichten sind oder Sachen aus dem alltäglichen Leben. Man wird aufgehoben. Ja, also man hat doch, doch, doch einen positiven Aspekt, der bezieht sich allerdings nur auf das Individuum, Individuum selber. Entschuldigung. Und während ich so bete und laut bete, fängt es an, in meinen Händen zu kribbeln. Das war echt erst ein ganz leichtes Kribbeln. Wenn man über 120 Tage keine Pornos schaut, nicht masturbiert, kein Sex hat und auch kein Edging betreibt. Für alle, die nicht wissen, was Edging ist, Edging ist Wichsen ohne zu kommen. Und dieses Kribbeln hat sich immer mehr verstärkt. Und es ist dann auch von meinen Händen in meine Arme gekommen. Dann ist schon fast vorprogrammiert, dass wenn man dann doch edgt, dass man dann rückfällig wird. Und genau das war heute der Fall. Es ist von meinen Armen in meinen Körper gekommen. Ich habe heute dummerweise für ca. 10 Sekunden geetched, also gewichst, ohne zu kommen. Dann habe ich aufgehört und dann habe ich schon gemerkt, scheiße, ich kann das kaum kontrollieren. Es wird immer krasser, obwohl ich nichts mehr gemacht habe. Und es war am Ende ist die Energie immer weiter aufgebaut worden. Ich war immer krasser, erregt und hatte halt eigentlich schon fast keine Möglichkeit mehr, nicht zu kommen. Wie pure Elektrizität, die durch meinen ganzen Körper geschossen ist. Fakt ist, ich konnte nach den 30 Sekunden das Ganze nicht mehr halten und habe dann aufgehört und dann kam leider auch eine ganze Menge raus. Popstar heute noch singen würde und wie es allgemein mit der Band Umf weitergehen würde jetzt? Das ist eine ganz gute Frage. Ich muss sowieso erst mal abwarten, wie sich die ganze Pandemielage entwickelt und ob man geimpft werden muss oder nicht und wie auch immer. Das ist ja an so viele Fragezeichen noch geknüpft. Ich kann mir viele Texte aus meiner heutigen wiedergemordenen Situation nicht vorstellen zu sehen, muss ich ganz klar sagen. Wie gesagt, erst mal abwarten, wie sich die Pandemielage so entwickelt und ins Gebet gehen. Bevor wir hier zum Ende... Ja, einmal zu Chris Schuler. Ich finde dieses Bild, was sie hier hat, doch sehr. Das ist ein Profilbild auf YouTube. Das ist oftmals das Bild, glaube ich, das Christen oder bekennende Christen von sich selber haben. Dieses Weiße, dieses Reingewaschene, dieses Unschuldige und sie wollte es doch auch, als ich sie vergewaltigt habe. Ja, geht es jetzt mit Umf weiter oder nicht? Aus dem Januar-Interview ist man auch nicht wirklich schlau geworden. Geht es jetzt weiter? Geht es nicht weiter? Also bei so einem Interview, ja, bei so einer großen Band, bei der Frage, wie geht es mit dieser Band weiter? Klar, in solchen Videos spricht der Heilige Geist mit, die Bibel, das Wort Gottes und was noch wichtiger ist, das Management, ja, spricht da auch mit und die Plattenfirma spricht da auch mit, neben dem Heiligen Geist und wahrscheinlich sind auch, ist auch diese unkonkrete Antwort nicht unbedingt durch den Heiligen Geist inspiriert, sondern eher mal schauen, mal schauen, ne? Und die anderen Bandmitglieder werden sich wahrscheinlich auch nicht entschieden haben, denn diese Frage kam nämlich auch, wie haben denn die Bandmitglieder dazu reagiert? Ich glaube, für Menschen, die nicht im Glauben sind, wirken wir befremdlich und ein bisschen verrückt auch. Und es ist ja auch so, das spricht ja auch die Bibel selbst so aus, beziehungsweise Jesus sagt es uns in der Bibel, die Welt wird uns hassen, wenn wir uns zu Jesus bekennen. Er hat es auch nicht wirklich konkret beantwortet, wie seine Bandmitglieder darauf reagiert haben. Er hat es sehr allgemein gehalten, dass die Welt wird uns hassen, sie wird uns für verrückt halten und es steht tatsächlich so auch in der Bibel, ja, dass die Welt einen hassen wird, weil man sich halt zum Christentum bekennt und das ist etwas, was ich auch von vielen, vielen, vielen bekennenden Christen gehört habe. Ja, das ist kein Wunder, dass du sowas sagst und sonst was um die Welt, sie ist böse, sie hasst uns, das Weltliche, das hat schon Jesus gesagt, dass die Welt uns hassen wird, wir sind normal. Das ist wie dieser Geisterfahrer auf der Autobahn, der in den Nachrichten hört, ja, hier ist ein Geisterfahrer auf der Autobahn und dann sagte, was, einer, hunderte, tausende Geisterfahrer, ja, alle anderen sind bescheuert, ja, aber ich bin normal, auch wenn alle anderen sagen, ich bin nicht normal, das ist auch ein ziemlich, ziemlich selbstgerechter Gedanke, denn in dem Moment, wo jeder kommt und mich hasst, sollte ich mir auch die Frage stellen, warum ist das so, warum ist das so, ich denke, es muss mindestens ein Reflexionsprozess stattgefunden haben, wo ich dann zu einem Ergebnis komme und sage, okay, es ist nicht gerechtfertigt, dass mich alle hassen, ja, aber dann pauschal zu sagen, nee, das steht schon in der Bibel, die werden mich alle hassen, was soll ich mir jetzt noch Gedanken darum machen, ach, fahr zur Hölle, Freunde, so, weißt du, und der letzte Satz ist auch das, was ich den Leuten dann immer wieder vorgeworfen habe, ey, du läufst rum und sagst, der kommt in die Hölle, der kommt in die Hölle, der kommt in die Hölle und du kommst auch in die Hölle und dann fragst du dich, warum die Welt dich hasst, dreimal darfst du raten, weißt du, ich kann dir vielleicht sagen, ja, ich hätte es anders gemacht, aber okay, das ist deine Entscheidung und so weiter und du drohst mir gleich damit, dass ich für Ewigkeiten im Feuer schmoren werde, ja, nicht für 10 Minuten, nicht für einen Jahr, für die Ewigkeit, ja, und dann soll man dich nicht hassen. Naja, ich sag mal, entweder bist du blind auf beiden Augen oder nur einfach blöd. ja, dann habe ich selber schon eine Selbsthilfegruppe besucht gehabt für Menschen, die in suchtkranken Familien aufgewachsen sind, die auch christlich geprägt waren und wie ich gesehen habe, wie da der Heilige Geist auch in den Menschen gewirkt hat, die auch... Also, Deo hatte eine weitere Geschichte, eine weitere familiäre Geschichte erzählt, schaut es euch im Video an, ja, das sind sehr persönliche Sachen, die kann und sollte ich auch echt nicht wiedergeben, das sollte nur der Protagonist wiedergeben. auch teilweise schlimme Erfahrungen mit Sucht, Drogen und Gewalt gemacht haben, wie Jesus Christus und der Heilige Geist zu schaffen, Menschen komplett umzudrehen zum Positiven hin, wenn sie es zulassen. Der freie Wille ist ja immer ganz wichtig. Er hatte von der Selbsthilfegruppe erzählt, dass er dort erlebt hat, was für ein Zusammenhalt dort herrschte und, ja, da kommen wir zu dem Thema Geborgenheit und auch nochmal zu dem Thema die Brüdergemeinden. Also, ich hatte ja schon mal erwähnt, dass die Gemeinden ja auch irgendwie alle so zusammenhängen. Wir haben immer eine heile Welt nach außen gespielt und es wirkte, solange man nicht in diesem System war, auch sehr harmonisch zwischen ihnen, aber wenn man dann erstmal drin war, dann hat man echt krasse Sachen so erlebt, ne, also, da kommt diese eine Gemeinde und pisst diese Gemeinde an, ihr kommt in die Hölle, ihr werdet zur Hölle fahren, weil eure Frauen keine Röcke tragen. Und dann kommt die andere Gemeinde und packt dieser Gemeinde am Haar und hält das Gesicht am Arsch und scheißt die an und sagt, nein, ihr werdet zur Hölle fahren, weil eure Frauen keine Zöpfe tragen. Und dann kommt eine ganz andere Gemeinde und pisst die beiden Gemeinden an, nein, ihr fährt zur Hölle, weil ihr Fernsehen guckt und das ist vom Teufel, ja. So, und dann kommt eine völlig andere Gemeinde und scheißt allen dreien ins Gesicht und sagt, nee, ihr fährt verdammt nochmal zur Hölle, weil ihr diese eine Bibelstelle anders versteht und es in der Kirche anders erzählt. Und so pissen und scheißen sich diese Freievangelikalen alle sich gegenseitig an und kacken sich ins Gesicht. und wenn wir dann von außen gucken, dann nennen die sich Brüdergemeinde und stellen sich so toll vor und ja, wir halten doch alle zusammen und in Wirklichkeit wünschen die sich alle gegenseitig die Hölle und pissen und scheißen sich auch nur an. Ja, ja, das war, das ist schon großartig, so etwas zu erleben. Das ist ganz großes Gino, ja. Ich kannte mal eine Familie, die waren alle in irgendwelchen evangelikalen Gemeinden oder auf Freundeskreise und was ich dann immer ganz gerne gemacht habe, das macht unglaublich Spaß, das müsst ihr ausprobieren, das macht so viel Spaß, die gegenseitig anzustacheln und dann ja, ja, dies und das und ja, ja, eigentlich, eigentlich, eigentlich steht ja in der Bibel ja nicht, dass man Röcke tragen muss, oder? Du trägst doch Röcke, oder? Oder bei dir in der Gemeinde haben sie doch gesagt, ihr müsst keine Röcke tragen. Ja, und dann fangen die an, sich so gegenseitig anzusticheln, weil die so einen unterschwelligen Hass haben aufeinander und dann kommt noch, dann sitzt noch jemand anderes am Tisch von irgendeiner anderen Gemeinde und erzählt, ja, aber es gibt ja diese und diese Bibelstelle und dann sitzt der andere neben ihnen und sagt, ja, aber ihr versteht die Bibelstellen eh falsch, ja, und dann, das ist richtig geil und tun dann immer so auf superheilig, das hat immer so viel Spaß gemacht, echt, also, ähm, ja, man muss da nur mal so Knochen reinwerfen und, ja, dann erlebt ihr wirklich, wie sie Nächstenliebe definieren, das ist wunderbar, das hat so viel Spaß gemacht, immer wieder, ja. Ich muss zu meinem persönlichen Eindruck sagen, Dero wirkt auf keinen Fall irgendwie wie ein Irrer, im Gegenteil, er weiß genau, was er sagt und er weiß genau, was er da glaubt. Einmal vorweg, es geht mir nicht darum, irgendwie ein Dero-Bashing hier durchzuführen oder ihn fertig zu machen wegen dem Glauben, im Gegenteil, er wirkt sehr zufrieden und sehr davon überzeugt, ähm, ja, well done, alles Gute damit, ja, ich bin ein Umf-Fan, ich werde mir Umf weiter anhören und mir ist es völlig egal, woran die Leute glauben. Es geht auch nicht hauptsächlich hier um Dero und seinen Glauben, die Information, Dero ist Christ, die habt ihr erhalten, alles gut. Es geht viel, ähm, um Deros Aussagen und, auch meinen persönlichen Erfahrungen mit bibeltreuen Christen oder dem Evangelikalen. Etwas sehr Persönliches, auch für mich, von mir und bin gespannt, ob ihr Erfahrungen mit Evangelikalen habt, mit, ähm, einem bibeltreuen Menschen habt, schreibt sie mir in den Kommentaren. Auf, ich war's für heute. So l ranged und 오케이, die sind alright. So l Bis zum nächsten Mal.